Wir hoffen, dass es auch heute hinhaut, deshalb ist es ganz gut gegangen. Ich bedanke mich wirklich auch an unseren Sponsoren. Es ist ja möglich, dass wir das Ton hier durchführen können, auch wenn es immer weniger wird. Aber vorher haben wir noch zur Seite. Da möchte ich mir heute noch hinweisen. Am Einsatzbereich ist die Café da hier. Die ist geöffnet. Dort könnt ihr kleine Tippes einiger Getränke abholen. In der Vorrunde wird gespielt in Dreier- oder Vierergruppen. Meine Damen, sind wir eine Gruppe. Da sind nur sechs Mannschaften da. Sonst wäre es ja eigentlich fertig. Die sind ja nicht verantwortlich. Bei der Hand, wie gesagt, Dreiergruppen, meistens Dreiergruppen, also bei der Hand B-Klasse. Da sind jetzt 23 gemeldet. Also sind acht Dreiergruppen. Einmal ist eine Zweiergruppe dabei. Die ersten beiden kommen weiter. Und dann geht es im KU-System weiter. Die Spielzeile, die aufgegeben werden, bitte ich vollständig auszufüllen. Und dann wird er gleich nach dem Spielende abzugeben, weil wir müssen das eingeben. Sonst macht das Programm nichts. Die Ergebnisse werden nach dem Vorrunde von den ausgehängt an der Tür. Und dann bitte ich auch, die spannende Kleidung anzudrehen. Soweit möglich. Und dann bitte ich auch, wie gesagt, die Aufrufung. Wir beginnen mit der Tageskonferenz. Vielen Dank.